Ich bin Evan. Ich bin Sam. Ich wohne in dem Haus. Sind gerade erst eingezogen. Ich war schon in dem Haus. Das ist verflucht. Leute, das ist Sam. Freut mich wirklich sehr, Leute. Also, wer ist sie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sei einfach vorsichtig. Willst du was mit mir ausprobieren? Weißt du, was das ist? Nein. Damit kann man mit den Toten sprechen. Neugierig? Was ist passiert? Morello ist verrückt geworden. Bist du bereit? Ist irgendjemand hier? Was ist in diesem Haus geschehen? Tja, ich schätze, es hat nicht sein sollen. Mein Zimmer. Habt ihr etwa herumgespielt mit diesem Kasten? Evan, durch geöffnete Türen kommen die Dinge herein. Willst du aufhören, bevor du weißt, wie es endet? Evan? Ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Du kannst von mir halten, was du willst. Ihr haltet euch fern! Sie kommt näher und näher. Sie ist hier. Sie ist hier. Du kannst es für sein. Und hier ist es für ein Kind. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.